Wir sind im Moment in Österreich und im Bereich Neuigkeiten Jagdreisen haben wir unser Engagement in Österreich deutlich ausgeweitet. Wir sind ja schon im Tiroler Oberland, das ist ja bekannt. Wir sind im Salzburger Land. Wir waren hier auch schon in der Vergangenheit im Zillertal, haben aber auch hier jetzt den Zugang zu weiteren Revieren und wir haben ganz neu in Österreich die Jagd im Piztal und können dieses Jahr auch ein Kontingent, ein Steinböcken, Steingeißen und auch im Piztal an Gämsen anbieten und da haben wir eben auch eine hohe Nachfrage. Und wir haben uns zum Bergjagd Spezialisten in den letzten Jahren ziemlich entwickelt, insbesondere hier im Alpinenraum und deswegen wächst dieses Produktfeld bei uns überproportional. Das mal zum Gastland, in dem wir gerade sind. Wir haben bei den Einzeljagden, gehen wir mal auf Deutschland zurück, viele Neuigkeiten, insbesondere auch an der Mosel. Da bieten wir jetzt unweit von Trier sehr schöne Bockjagden an, aber auch in dem gleichen Revier eine zweitägige Drückjagd. Im November, am 15. und 16. November in den Steilhängen der Mosel. Die haben die Steilheit ähnlich wie hier und unterscheiden sich durch die Wildarten, nämlich da kommt vorrangig Schwarzwild vor und da sind wir im November. Aber es gibt natürlich auch eins, das hat ja unsere Kundschaft im letzten Jahr schon gemerkt, dass wir sehr stark mit Hessenforst zusammenarbeiten und wir haben unser Dienstleistungsportfolio mit Hessenforst erweitert und das Repräsentationsrevier der hessischen Landesforsten in Nordhessen ist der Reinhardtswald. Und auch dort bieten wir drei zweitägige Bewegungsjagden im Reinhardtswald an, genau unter dem gleichen Konzept wie im Forst am Wehretal, in den Förstereien Graburg, Blankenheim oder Wandfried, wo diese Bewegungsjagden durch uns komplett organisiert werden, die infrastrukturellen Maßnahmen geschaffen werden und die gesamte Organisation in unseren Händen liegt und Kassel liegt in der Mitte Deutschlands. Im Grunde genommen Kassel, Hannover, Schmünden, Karlshafen, das ist dieses Dreieck und Eschwege. Das heißt also für unsere Kunden, ob international aus Westen kommt oder aus dem Norden oder aus dem Süden oder aus dem Osten, sind diese Flächen ideal erreichbar, weil es ein Autobahnkreuz hat und man die auch sehr gut erreichen kann. Ja, wir haben weitere Jagdreviere in den neuen Ländern, die wir hinzugenommen haben und wenn wir aufs Ausland gehen, dann ist es so, dass wir auch in Namibia uns sehr stark ausgebreitet haben. Wir waren jetzt vor kurzem da und auch insbesondere das Long-Range-Schießen mit unserer K&K-Akademie und unseren beiden Schießtrainern, das erfährt einen hohen Zulauf und wir werden eine zweite Long-Range-Spahn in Namibia in Kürze präsentieren können, wo man auch erst einmal auf verschiedenste Entfernungen die Schießtechnik lernt, bevor man dann zur Jagd geht. Und ich werde im Juni wieder in Namibia sein, um die Dinge dort zu finalisieren. Die ersten Jagden haben wir dort durchgeführt. Wir haben unser Engagement in Botswana ausgedehnt, mit unserem Partner in Tansania ebenfalls, in Sambia. Also da tut sich immer wieder was, natürlich immer abhängig von dem, welchen Mut haben unsere Kunden, um zu fliegen. Das Fliegen ins Ausland war relativ unproblematisch, das muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe natürlich für uns alle, dass viele Kunden geimpft werden und das Reisen demnächst unproblematischer wird. Gehen wir auf eines unserer anderen Kerngeschäfte, die Drückjagden, zurück, dann haben wir immer wieder den Klassiker zum Saisonstart, die Bundesforsten in der Letzlinger Heide, Ende Oktober. Wir schalten dieses Jahr nur eine Drückjagd im Reinhardswald davor. Das wird also dieses Jahr der Saisonstart sein. Und ansonsten haben wir unsere Klassiker wie Blumenberg, wie Graf zu Ottenburg am 10.11. Dezember in Tambach und andere Jagden, die man bei uns auf der Internetseite findet. Wir haben dieses Jahr, was wir im letzten Jahr nicht durchgeführt haben, aber in diesem Jahr wieder es durchführen, den Triple K-Cup mit Krieghoff. Und werden dieses Jahr das Programm noch attraktiver gestalten, indem wir nämlich einen Tag auf einem Schießparcours unweit von Ingolstadt sind und dort mit Krieghoff-Testflinten uns den ganzen Tag und unter Anleitung renommierter Schießtrainer dort aufhalten, bevor wir am nächsten Tag dann zur Entenjagd gehen, wo auch die Testwaffen geführt werden können. Also der Triple K-Cup kommt auch in der 3. und 4. Septemberwoche, 23. und 24. September. Ja, und wer Informationen haben will, der geht einfach auf unsere Internetseite oder geht auf unseren YouTube-Kanal. Wir haben Bockreviere neu in Ostpreußen, unweit von Ostroda und Allenstein. Wir haben unser Engagement in Polen in diesem Jahr deutlich erweitert. Das ist vielen gar nicht so bewusst, weil wir nicht nur über Polen reden, weil wir sind weltweit unterwegs in über 40 Ländern und haben nicht nur ein Kernland, aber Polen als grenznahes Land hat einen hohen Zuspruch erfahren. Und wir sind diesem Wunsch unserer Kunden gefolgt und haben die Reviere im Grunde genommen jetzt hinzugenommen und Kontingente eingekauft, sodass ich sage, auch dort können wir etwas anbieten. Teilweise auch neue Gebiete, die so bisher noch nicht bekannt waren, teilweise grenznah, aber teilweise auch weiter weg. Und eines der Länder, was bei uns auch unheimlich läuft, ist die Slowakei. Ja, da haben wir unweit der ungarischen Grenze ein Spitzenrevier mit fünf Schalenwildarten, was bisher auch nicht so im Fokus war, aber was immer mehr Zuspruch von unseren Kunden erfährt. Also wir sind weit aufgestellt. Wenn ich das alles so sehe, tritt bei uns keine Langeweile ein, sondern es ist unsere Aufgabe, immer wieder neue Destinationen Ihnen anbieten zu können, die wir persönlich vorher getestet haben. Und ich kann nur sagen, auch bei aller politischen Diskussion ist auch Weißrussland nach wie vor ein hochinteressantes Jagdland. Wir werden dort auch wieder im Herbst zerbrumft sein, ob zur Echjagd oder zur Hirschjagd. Ob wir diese Jagd auch filmen oder diese Jagden, das weiß ich noch nicht. Wir sind ja hier jetzt seit Wochen unterwegs und bekommen im Moment gar nicht unser gesamtes Filmmaterial hintereinander, um es zeitnah zu präsentieren. Das wird aber in den nächsten Tagen und Wochen passieren. Unser Kameramann Matze wird die Dinge jetzt im Grunde genommen finalisieren. Es ist eine Menge, Menge, Menge Bildmaterial. Ja, und grenznah ist natürlich Frankreich. Nicht nur, dass wir dort exzellente Entenjagden haben, sondern wir haben eben in Burgund auch mit dem Chateau Saint-Michel einen absoluten Premium-Partner für den Bereich Rothirschjagd und Schwarzwildjagd und natürlich auch für die Bewegungsjagden mit einer Top-Location und Unterkunft. Und auch dort wird eine 1000-Meter-Bahn in Kürze fertiggestellt sein, sodass wir auch dort jagdpraktische Seminare mit der K&K-Akademie durchführen können. Und dieses verbinden mit einer hochattraktiven Jagd. Und so gesehen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir mit Ihnen zusammen als Kunden gut durch diese Situation kommen. Wir haben alle Federn gelassen im letzten Jahr. Manche sagen, es wird dieses Jahr noch viel schlimmer. Ich hoffe das nicht. Wir in der Fußballhauptstadt haben eigentlich einen Grundoptimismus und hoffen, dass Sie uns weiterhin zur Seite stehen. Die Anfragen von neuen Partnern, auch im Ausrüstungsbereich, wächst immens. Und schauen Sie einfach mal auf unsere Internetseite www.premium-jagdreisen.de oder wir haben auch eine neue Adresse in Dortmund in der Hohenstraße 100, also mittendrin in der Fußballhauptstadt, nicht weit weg vom Westfalenstadion und von der Messe Dortmund und haben auch eine neue Telefonnummer, die Sie auch im Internet sehen können. Aber das ist die 0231. Und jetzt muss ich erst mal schauen. Die Nummer lautet 390-845-00. Ich darf das wiederholen. Das ist ja hier wie bei den Lottozahlen. Karin Tietze-Ludwig sagt, ich wiederhole ohne Gewehr 0231. 390-845-00. Und damit sehen Sie, dass ich mich selten anrufe. Sonst hätte ich diese Nummer im Kopf. Aber wie gesagt, ohne Gewehr versuchen Sie es. Und Sie werden, wie sagt man, Sie werden geholfen. Also wir helfen Ihnen gerne. Bleiben Sie sportlich, zuversichtlich und kommen Sie gut durch dieses Jahr. Und wir freuen uns, Sie auf unseren Reisen begrüßen zu dürfen oder beim Kauf von Ausrüstung. Besuchen Sie uns in Dortmund. Sie sind herzlich willkommen.